Yo, 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 hallo liebe Zuhörer aus aller Welt und die gerade erst eingeschaltet haben zu den geilen neuen Videos von Asphalt 9 Liggins. Wie ihr schon wisst, haben wir jetzt schon 7 Abonnenten und über 500 Likes auf Facebook. Dafür bedanke ich mich und ich bin echt froh, dass meine Videos auch geschaut werden. Und wenn das nur ein bis zwei Aufrufe sind, ich mache das ja eh gerade mal nur als Hobby. Ich will das schon ein bisschen als Beruf, aber nicht, also wenn überhaupt, nur erstmal als Hobby. Und ich freue mich darüber, dass überhaupt Leute meine Videos gucken. Und ich bedanke mich dafür und deshalb spielen wir nochmal eine kleine Runde Asphalt 9. Und ich hoffe, euch gefällt das Spiel. Ich habe extra einen Ton ausgemacht, damit ihr oder ihr mich besser versteht. Ja, komm, jetzt spiele ich mal mit dem Chef, oder? Komm her. Ich spiele ich direkt mal die neue Runde hier. Weiter. Ach komm, ich habe bis jetzt hier freigeschaltet, ne? Mit dem spiele ich jetzt auch. Das ist einer der besten, die ich kenne. Also bis jetzt, ne? Mein zweiter Rang, der erste war ja schon geil, aber der rote, den ich gerne mal auswählen, den haben wir ja erst letztes Mal freigeschaltet im letzten Video. Und wie darf ich denn auch noch mal nicht wüsstet. Dann guck dir mal die anderen Videos an. Oder guck, schau mal mein letztes Video an von Darkness Cruises. Gut, wir starten jetzt, glaube ich. Warum mache ich das die ganze Zeit? Jetzt bin ich nur zweiter Platz, dritter, vierter Platz, scheiße, fünfter Platz. Jetzt bin ich, äh, erster Platz, endlich. Dritter Platz. Die Steuerung war irgendwie mal anders, also besser. Also viel versprechendes Spiel. Ich kann euch nicht versprechen, dass ich wirklich erster bin, aber ich finde das Spiel einfach awesome. Also mir zu spielen, habe es jetzt immer Spaß gemacht. Also auch Asphalt Ditro und Asphalt 8 habe ich auch gespielt. Und Asphalt 9 ist ja erst vor kurzem rausgekommen und jetzt bin ich erster. Und jetzt habe ich das hier schon zum dritten Mal, aber Deutsch können wir auch öfter spielen. Diese Videos gehen ja, wie gesagt, so wie ich das auch in den anderen Videos sage, immer ein bisschen kürzer. Weil Asphalt 9 halt keine Story hat und deshalb ich da ein bisschen kürzer die Videos mache, weil ich dann lieber noch mehr Videos mache mit Storys, die länger gehen. Ich hoffe, das könnt ihr verstehen, sage ich auch mal in anderen Videos von denen. Und ja, genau. Einfordern, einfordern und einfordern. Findet euch das Spiel vom Ansehen so geil oder auch euch gefällt, bei mir macht es wirklich mega Spaß, dann schreibt es da mal in die Kommentare. Ihr könnt euch das auch gerne runterladen in den App Store. Gebt einfach Asphalt 9 Leggings ein. Leggings, sorry, nicht Leggings. Leggings ist ja eine große Leggings und dann könnt ihr auch runterladen und zocken. Drei Stunden muss ich da jetzt aufwarten, jetzt wird es verarschen. Dann können wir diese ja wahrscheinlich nur in der nächsten Runde eins gratis erhalten. Dann können wir diese ja wahrscheinlich in drei Stunden, also in der nächsten Folge, dann auf jeden Fall öffnen. Genau. So. Den haben wir jetzt. Aber dafür brauche ich noch ein bisschen, glaube ich, ich habe mir den herzustellen, weil der sieht echt geil aus. Gut, verbessern wir das Ding doch mal. Upgrades. Ach, scheiße, ich habe zu viel den Motor abgegradet. Und andere Lackierungen würde ich auch mal sagen. Das sieht doch nobel aus. Den nimm wir. Da komme ich mir noch einfach eine Runde. Und dann sehen wir weiter. Ja, so ist das, ne? In den Spielen. Wenn ihr Fragen habt oder was sagen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich lese mir gerne eure Kommentare auf Facebook und auf YouTube durch. Und dann sehen wir weiter. Danke wieder einmal an die Abonnenten und danke an die Leute, die das letzte Video gesehen haben und einen Daumen hoch gelassen haben und einen Kommentar geschrieben haben. Ich hoffe, ich werde jetzt hier auch wieder erster. Das Spiel ist auch nicht für Leute, die nicht Auto fahren können, weil da kannst du echt wie Scheiße bauen. Aber es ist auf jeden Fall schon lustig und ich finde die anderen Autos einmal alle so dumm und schmierig. Und ja, ich bin wieder erster Platz geworden, wie auch sonst. Das gibt viel Geld, Leute. Ich könnte das aber auch, die wahrscheinlich finden, das sind ja noch schwerer, weil es wird mittlerweile echt leicht und vielleicht kriegen wir es ein bisschen schwerer bald hin. Ich denke mal, wenn halt viele neue Leute, also neue gute Autos kommen, wird schwerer. Und wir haben auf jeden Fall, also das denke ich mal, die Chance, das auch mal online zu spielen. Das könnte ich auch mal machen für euch. Und ja, ich freue mich dann schon auf das nächste Video mit euch. Ich bedanke mich nochmal an die Leute. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und alles Gute euch und viel Spaß. Und freut euch auf das nächste Video, was dir jetzt heute Abend kommt zur Walking Dead. Und boah, viel Spaß und einen schönen Abend. Tschüssi. 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 Tschüssi.